Hey, ich bin Hans Play und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von NEWS. Heute besprechen wir alles was neu wird auf diesem Kanal. Ja, wie gerade angesprochen, es wird sich vieles verändern und hier gibt es die Premiere von meinem neuen Intro. Viel Spaß! So, das war das Intro und ich würde sagen wir gehen direkt in die Premiere vom Outro. So, das war's. 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 Jetzt mal der neue Intro und der neue Outro. So, ja. Wie gefallen euch die ganzen Sachen? Schreibt es mir mit dem Hashtag Intro oder Hashtag Outro in die Kommentare und ich bin auf eure Meinung gespannt. So, ich wollte jetzt noch ganz kurz erwähnen, dass wir gerade am Aufnehmen von unserem Film sind und deshalb habe ich das Übergangsprojekt Minecraft Caves & Cliffs gewählt und ja, das soll als Übergang dienen, dass ich nicht so viel Zeit in die normalen Videos stecken muss, aber ich werde es trotzdem machen und sogar noch mehr als wie bei den alten Videos. Das heißt, die Qualität wird auch nochmal besser bei den Videos. Dadurch kann ich halt keinen regelmäßigen Upload garantieren. Ich probier's jetzt vor allem in den Sommerferien und vor den Sommerferien. Ja, das war's jetzt auch mit der Folge News. Ich hoffe, die Sachen gefallen euch. Bei dem Intro kann man dann auch noch am Ende mein derzeitiges Logo, das wird sich nie ändern. Einblend statt diesem hellkohlen Ding. Irgendwie gefällt mir das nicht so gut, aber die anderen Szenen gefallen mir halt sehr. Wenn euch diese Folge News gefallen hat, dann lasst auf alle Fälle noch ein Like da. Abonniert diesen Kanal für mehr News-Videos und weitere kommende, spannende Videos. Ja, und bis dahin sage ich Tschüss! Abonniert diesen Kanal für auf wir mal¡ Hゴga fünf-Nja da hinten! Ey! Doch annotieren Sie monthly.